Was seid ihr für eine Gangboy? Kennt ihr euch? Durchs Zocken. Durchs Zocken? Ihr seid die Ersten, die zocken, die Freundinnen haben. Wie habt ihr das gemacht? Gut, bei dir können wir es verstehen. Du siehst aus wie Hulk, aber... Du siehst auch aus wie Hulk, aber vor der Explosion, weißt du also... Und du bist der kleine Bruder von Hulk. Du bist Ant-Man, Alter. Okay, geil, Mann. Cool. Also ihr zockt alle... Wie hieß das? League of Legends. Durch League of Legends. League of Legends. Was macht ihr beruflich? Oder studiert ihr? Oder... Was machst du? Ich studiere. Was studierst du? Marketing. Geil. Und du? Ich leite noch in der Amt. Und du? Ich arbeite bei Karstadt. Krass, also dafür, dass ihr die einzigen Mädels seid, in der Gang seid ihr trotzdem weitaus erfolgreicher als alle Männer in der Gruppe, oder? Ihr habt es geschafft, Mädels zu finden, aber die sind immer noch echt außerhalb eurer Liga. Also... In der League of Legends.